ja scheiße jetzt läuft sie auch bei mir aber der clip ist auch erstellt worden so ist es aber nicht so ist es auch nicht hauptsache der meister hat eine neue stufe erreicht ja das hat er ja damit ein wunderschönen guten morgen und willkommen zu farm together 2 herrlich ach ja ein bisschen farmen auf damal farmen super schön hab das spielen wir ein bisschen vermisst muss man ja sagen also wir haben sie vier tage nicht gespielt ja die fahne ist auch schon ganz weiß geworden genau wie man trecker ja das stimmt du hast ja jetzt weiß gut ich habe schwarz mit flammen drauf natürlich war was immer denn heute mal für eine flacke ich weiß nicht genau haben wir hier öl aber nicht amerikanische nehmen was ist denn wo ist unser von was sind wir gerade voll überhaupt oder seite jetzt an ach guck mal an das update wo ja mit l1 lt lb meine ich da siehst du ja das inventar ok ja da sieht man jetzt das volk was mache ich denn ok was das was kommt jetzt gerade in mein trecker drinnen rein da ist zurinie 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 ja ich hatte das ja ja alles angebaut lb links oben ja ja das habe ich offen ich weiß noch nicht gerade wo die zurinie ist die zurinie ist das ist doch der penissymbol also aurochine diese 51 da oben ja das hatte ich ja hier alles angepflanzt so ich weiß gar nicht was wir jetzt hier anpflanzen was können wir denn wir können eigentlich zurinie weiter anpflanzen weil das macht ich gut geld und 15 minuten ja dann machen wir das doch einfach ja doch bevor das ganze geld hier wieder verschwindet vom tomiro mal wieder bäume pflanzen muss oder so was als ob ich schuld wäre ja guck guck die letzten folgen an schuldenkrise ja ist so ne so ist ja schön was haben wir denn ok der tanker hat jetzt aber richtig also vorher war ja einmal tanken tanker mehr ja da geht kaum leer das ding das ist hervorragend ja wo hab ich denn meine wo sind denn die karotten die sehe ich da gar nicht aufgelistet ja vielleicht ist noch nicht die jahreszeit naja ich meine im inventar ach so das ist vielleicht wieder aubergine oder irgendwie so hat das damit zu tatsächlich ja das wird dazu gezählt ja dachte ich mir schon fast das ist ein bisschen doof ja nun an sich sache ich finde das doof ich meine dass noch viel platz auf dem scoreboard im inventar platz da kann man unten noch irgendwo karotten gesondert hinpacken vielleicht kommen das zweite seite machen ja ist ja noch early access ja das stimmt aber unser haus ist noch nicht fertig nee aber vielleicht können wir ja schon die nächste stufe dann bald machen wo haben wir eigentlich unsere unsere bude hingebaut hier hier wo ich stehe ja was brauchen wir da nicht klingen ressourcen 25 fische werden benötigt voller ein maus gewitz bitte wer maus gewitz maus gewitz ja kommt das dann nochmal her feibel ach feibel genau richtig das ist feibel maus gewitz 25 salat scheibenkleister ja das haben wir nicht ja das ist ja auch nicht irgendwie vom bums angepflanzt nee das ist ja nicht alles alles aber nicht das ich glaube die felsiche werden auch zu etwa gezählt das kann gut möglich sein momentan extra nach so ja nicht die jahreszeit für ja ja was haben wir hier knoblauer und das ist ja gut ich glaube das waren recht teure sachen sogar ja ja ich weiß nicht was die hier anpflanzen bist kopfsalat war das was du was wir brauchen ich habe es drüben angebaut also da schon wo du bist ja so reicht das weiß ich nicht kann zur not machen wir noch eine reihe oder sowas ja ich mach mal hier ein paar verkaufen ich mache hier mal paprika noch hände ja so was steht reißen so nehmen das nicht ja ok so das haben wir warte brauchen wir für den upgrade 32 birnen was das denn? zucchini ach zucchini ist erntbar hast du gerade verkauft ne oder? ja ja dann kannst du noch mehr verkaufen eigentlich weil ich ernte den rest ja nochmal wenn der natürlich geld hat für uns ja ich rüste gerade so ein bisschen die märkte auf ah ja ja das ist nach gut haben wir so ein bisschen die ressourcen ah siehst du ja wohl na warte ich noch kostet 10.000 was genau upgrade für das gebäude ach so ja das ist ein bisschen übertrieben hör mal wer bist du denn ok soll ich nochmal ein paar linsen linsen ja mach doch mal ein paar linsen 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 draven wow nein ja sowas verbiete ich mir warum denn? das gruselig das gruselig pass auf sonst verbiete ich dir den löffel ne warte mal das war ja ui keller das war hier ja 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 das stimmt da war ja was ja also also steinschere papier ja nun hast du auch äpfel verkauft? äh äh ja moment kann ich gleich machen bist du äpfel? ne bist du äpfel? ne du bist ne moment haben wir gleich ok ja ja wir haben keinen äpfel hä wieso wir haben keine äpfel ja ich hab eben äpfel geerntet ja ja aber wir können den nicht verkaufen ach doch hier ha hier ist der lause Bub ha ich seh wie das alles runter geht 25 ja ich seh grad wir können auch einen neuen laden kaufen da kannst du Blumen verkaufen ah ok einen schönen Blumenladen ich könnte den See hier nochmal machen mit den Fischen ja weil der ist ja blöd erweitert hier aber wie mach ich denn das nochmal? einen Fisch rausnehmen platzieren ah ne du musst ja das Wasser weg machen ja genau ich muss es erstmal weg machen oder es wird halt gefixt ist ja auch eine Möglichkeit vielleicht ähm ah ah ok alles klar so obwohl eigentlich kann ich ja meinen Tracker benutzen Tracker ja beinahe wie ein Tracker aber wie wie grabe ich denn nochmal hier das Loch mit dem also ich muss ja Fische muss ich ja Fisch ja Fisch nehmen platzieren Fisch finde ich ja Bums aber was machen wir denn für Fisch also hier ich hab ja Schwertfische können wir hier machen ja dann hau doch mal raus da an den Lachs ja oh Gott ok jaaaa na gut ist teuer sagste ist teuer ja achso ja klar kein Geld aber hier ist auf jeden Fall jetzt viele Dinger drin ja ich sehe schon du kannst die ganzen Bäume wieder aber sie haben sich nochmal gut abgepasst haha ja nun ach stimmt hier die Apples ne mhm Apples und Binnen und Pflaumen und was sie sich sehen ich guck hier erstmal ah jawoll nächste Stufe für ein Haus ohoh 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 hier passiert was ohoh es passiert was haha was was macht es denn ja es passiert was also die Bauern stehen schon mal es war so ne Einzimmerbude aber naja sobald wir dann da reingehen ist ne halbe Villa man kennt's scheiße aber stimmt das war ja hier eher deine Ecke ich hatte ja die Ecken hier drüben so auch noch ein Feld ohoh Scheibenkleister was wie bitte was denn ähm ja Kürbis können wir anbauen äh äh ja gut können wir aber heute nicht ernten weil dauert ein Tag hm hm ja sollen wir dann ein Feld damit voll machen oder wat wie viel kostet das überhaupt ja alle oh alles klar ja gut ähm ja alles gut ich sag mir mal hier hinten noch ein bisschen was ein ja also ja kostet halt ein bisschen ja also ja kostet halt ein bisschen ja äh hm fertig zum ernten da kann ich durchaus mal rüber kuddern hier rüber lunsen ja 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 ein zwei kürbissen mehr machen ja ja warte ich mal ganz kurz nach janken hier ist selbstverständlich ja gut ich sehe auch gerade ich kann das alles hier enden sehr gut dann mache ich gleich mal ja so dann am ende ein bisschen mehr geld haben ja stimmt das haus also es passiert was sie ist wir können fische eintauschen gegen diamanten aber ich glaube nicht dass wir das wollen oder also momentan weiß ich nicht gibt es was neues zu kaufen ich kann aber so ein ding verbessern sehe ich gerade aber wollten wir irgendwas mit fisch machen die hütte war ja aufgepimpt jetzt genau ok also die ok uns fehlt da auf jeden fall nur noch 10.000 dollars ja ich habe schon gesehen jetzt bin ich mal derjenige hier du bist ja gerade in der stadt nicht wahr ja du kannst ja eigentlich mal ein paar zitronen verkaufen ja ich kann aber auch da noch was verkaufen ja ich kann 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 ja